Ja, ihr kriegt jetzt eure Freunde. Ihr habt es genug bemängelt. Nachricht angekommen. Ich bin auf Bronze 2 jetzt gerankt worden. Also das ist ein... Oh, kommen wir zusammen du, Kion. Ich bin Silber. Lukas, warum hat Garen Mitte gerade 53% Winrate? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Lukas, ignorier dich gekonnt. Ich bin gebuted. Ich habe gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Also Top-Leader haben immer so eine Historie, dass sie auf Mitte gut gehen, wenn sie auf Top auch broken sind. Aber Garen ist einfach Garen fürchtig. Heimatdinger-Top, Junge. Tründer mehr, du Heimatdinger-Top. Ich habe keine wirklich sämtliche Ehre verloren, die jemals auf Top-Leader anlesend war. Das ist... Ich liebe es. Peak League of Legends Gameplay. Counter Aurelion. Best Picks Fiss, Kasadin, Ione, Vex, Ari, Victor. Victor kann ich ganz gut. Der soll auch gut sein. Dann Victor Aiden. Das ist irgendwie generell, dass ich den ganzen Tag über müde bin und dann nachts um 22 anfange wach zu werden. Das macht gar keinen Sinn. Das ist totes Neue. Das habe ich exakt auch so. Wie lebt sich das so ohne Ehre mit meiner Heimatdinger um Tründer mehr spülen? Das ist eigentlich... Also ich fühle mich wohl, ne? Schön, ja. Ich suhle mich im Dreck. Das ist auch die... Na gut. Okay, das ist die einzige Antwort, die ich hören wollte. Das fehlt jetzt nur noch, dass gleich irgendwie eine Veil hinterherkommt. Dann ist es wirklich... Ja, dafür bin ich leider zu alt. Das fühle ich koordinativ nicht mehr hin. Mann, diese hessischen Fruchtfliegen. Ihr könnt mich alle mal. Ist das welche bei dir? Ja, woher kommen die? Wir machen Falle. Mach dir so ein Insektennetz ans Fenster. Meine Fallenkarte. Schwarzes Loch. Nein. Mach Insektennetz ans Fenster. Haben wir. Das ist ja... Also da kommen ja trotzdem was tun. Die sind so mini-mini. Kleinen Wichser. Ach, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Deodose und Feuerzeug regelt. Ja, Haus... Keine Ahnung. Versicherung gleich direkt mit einfach. Ich schwöre, die Fluchtfliege ist feuerspeilend in mein Zimmer geflogen. Ich kann da nichts für. Das ist so eine neue Variante so, die ist eingeflogen worden. Die kommen von Früchten, die Bio sind. Ach so, das heißt nicht Bio-Früchte sind nicht das Problem, oder wie? Richtig, ja, ja. Irgendjemand ist hier oben bei mir. Nice. Äh, lol. Sag mal. Komm, ne? Ah, 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 ah. What? Lol. Die ist gerade rangeflasht. Statt die Tickets zu wissen. Das ist ja krank. Heilige Scheiße. Ich meinte, das ist eigentlich nicht ernst, als ich gesagt habe, wir sind bronzlos, das kann es lustig werden. Aber ich nehme alles zurück. Ähm, ich bin übrigens Iron 2 in Flex. Weißt du, die Aktion an sich war schon extrem seltsam, weil es ein Solo-Invade war. Ja, wir auch. Aber dann an den Redbub voranzuflashen, das war die Krönung, wirklich. Das hat sich wirklich ein Flasher, hat super funktioniert. Aber ich kann auch nicht so viel machen. Nee, ich würde halt verraten, dass da irgendwo Fickerei abgeht. Dann war ich so, ja gut, dann nimmt man Spaß. Ich habe sie hier wieder. Oh, die Shyvana ist da im Dschungelgebiet. Oh, nice. Die installiert gleich. Das ist das Ziel, ja. Gehen wir rein? Sorry. Wir gehen rein. Ah, der riecht das leider. Warum hat er so eine gute Nase? Ja, das neue Champion-Design von Aurelion ist ja... What the hell? Naja, ist auch echt gefährlich. Der scale ist stärker als jeder andere Champion, wirklich. Ich bin ein gefährlicher Drache. Out of lane, ich bin auf dem Weg. Ich habe hier ein Problem. Ja, ich komme, aber ich bin leider noch ein gutes Stück weg. Ja, ich bin hier noch, noch ist okay. Ja, die hatte ein Gehirn so vergrößt mal Wäscheklammer ungefähr. Ich glaube, du hast eine gute Chance. Guck mal, die bleibt auch da. Die hat wirklich jetzt Zeit gelassen, bis ich hier bin. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Du redest schon wie Feister. Das ist verrückt. Oh no. Katastrophe. Das ist verrückt. Aurelion kommt hoch. Aurelion kommt hoch. Auch noch. Jetzt reist du. Sissor, pass auf. Ich kann nicht hoch-TPen irgendwie. Doch, alles gut. Du, ist nicht schlimm. Du musst auf den Töre tp'n. Noch ist es zu früh. Ich bin Ignite geworden. Der letzte Ignite-Tick war es. Nein. Sissor hat voll die Narrator-Stimme. Ja, das liegt daran, dass Narrator meistens emotional losgelöst vom Spiel sind. Und das klingt gerade ganz genauso da oben. Das ist was Gutes. Sie sieht das ganz rational. Ihre Gefühle sind einfach abgestorben. Zu dir kommt Aurelion. Ja, das darf er gerne. Wir können den machen, wenn er weiter hier rumstresst. Wie lau ist der, Tino? Den hast du, oder? Ja, okay, dann finish über den. Aber du darfst. Danke. Was macht er da? Er will meinen... Oh, hinter uns! Hinter! Was ist das denn? Stark, 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 stark. Eigentlich mag ich Drachen, aber die finde ich scheiße. Ja, wo ist der Jungler? Er hat mittlerweile den anderen Drachen getultet. Was macht er hier? Wer denkt schon wieder, er darf hier komische Sachen machen? Gibt es nicht nur Level 18? Ja, Drache ist Botland wahrscheinlich. Also Shyvana. Oh, hier, bei mir. Nee, die ist Topland. Die ist hier bei mir, der Drache. Die ist auch sehr wütend, ist die. Ich komme. Schön. Nee, das mag ich nicht. Da ist mir ein bisschen zu tief. So, ich habe jetzt wieder Ul. Aber vielleicht... Ah, schwierig, ne? Hä? Ja, und der hat viel Magic-System inzwischen. Hm, okay. Oh, was ist das? 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 Oh, WP. Kein Flash-Top. So, jetzt komme ich Botland. Auf den Weg. Auf den Weg. Brauche aber noch ein bisschen. Irgendwie die sich aber aus der Affäre ziehen mit der Katze. Wenn du über die Lane kommst, dann können wir nichts tun. Oh, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, was? Ist das dieselbe Shyvana, die du geshit-talkt hast? Ja. Ja. Die stand 1-4. Äh... Kacke. Ja, die hat irgendwie Kills gekriegt. Scheiße. Wir können das schaffen, ich gebe mir Mühe. Ja, ja. Erst weg. Ich lebe immer in 6 Grabbies und dann... Was ist das? Nee, schöne Old. Oh, juhu. Hab ich die extra gelassen? Danke. Let's go. Die Flashbacks aus dem TikTok haben. Ja. Mensch, einfach. Direkt Runde 2. Die Schweißtropfen auf der Stirn. Direkt konditioniert. Oh. Vielleicht kommt der wieder zu mir, das wäre schön. Oder geht der Top geflogen? Naja, auch nicht. Wie du diesen Dino da oben verprügelt. Wirklich. Aber ich kann immer nichts tun. Der Dino ist einfach ein Stinker mit. Das ist aber gut. Wenn du jetzt die Waves clearst, dann hole ich den. Alles klar, Waves wird gecleared. Shogart hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Echt? Das war mein allererster Champion. Oh Gott. Okay. Ich hab nie an die Zeit. Hilfe! Ich hab nen Drachen hier und es ist nicht Aurelion. Aber Aurelion ist Top dafür. Ja, Aurelion ist Top. Warum macht die so viel Schaden? Ja, die hat irgendwie gut Gold gekriegt. Ist aber okay. We out liver. War mein Fehler. Ich hab nie auf die Minimap geguckt. Maxi-Map. Hab sofort. Kann man die groß machen? Die kann man sehr groß machen, ja. Das sieht sehr witzig aus auch. Echt? LOL. Oh mein Gott. Ich mach Maxi-Map jetzt. Minimap. Ich hab sie auf 80, weil mein Bildschirm so riesig ist. Oh mein Gott. Okay. Ich hab auf 100 jetzt. Die auch. Ey, es geht voll. Vor allem, man guckt dann automatisch mehr drauf. Das ist übefaktisch. Ja. Früher ging das nicht. Du siehst halt viel weniger. Ich hab früher mal so ein Meme, wo jemand die Minimap auf den Fernseher gezogen hat. Ja. In irgendeinem Programm oder ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, weil das früher nicht ging. Wollen wir die Botlin wegdiven? Ja. Okay. Ich komm jetzt von hinten. Mhm. Hm. Och. Was sind das für Shielde? Wie viele Shielde dürfen die haben? Hilfe. Komm zu mir. Ah, ich bin sehr tot. Was ist das? Der hat Barrier. Ich wohne exhausted. Zwei Milliarden. Schilde? What the fuck? Die halbe Familie ist hier. Wirklich. Die sind richtig sauer. Lass mal. Lass mal. Lass mal hier hin gehen. Schade, dass ich es bekommen habe. Nice try. Geh mal in der Nähe. Aua, Yumi hat mich gecute und hat mich geheilt damit. War das Flex jetzt? Ja. Okay. Boah, da geh ich jetzt so von hinten rein. Komm her. Na geil. Sugar kommt topside, ne? Also. Wie viele Shielde sind das? Das ist so frech. Was ist das? Ich geh immer dafür drauf, dass ich versuche Lukas zu helden. Das ist immer so. Ja, da kannst du mir nicht helden. Na, 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 na. Nein, mein Anker. Da war ich. Da war ich. Ja, jetzt sind wir beide drauf. Ganz tief drin. Ja, wir haben auch geintet. Ja, ist deine Schuld. Na ja. Ja, ich nehme alles auch nicht. Das ist Lukas Schuld. Ich geb mein Bestes mit meinen 10 Kills hier, ja? Ja, das wär das schwer mit deinen Q-Champion. Oh. Kills, da geht gar nichts aus. Q. Sorry. Egal was du machst als Y-Main, du machst es falsch. Ne, ich glaub ein universaler Y-Main könnte vieles richtig machen. Ich hab das Gefühl, das ist mehr die persönliche Besetzung. Drache, by the way. Achtung. Vorsicht. Ja, ich komm. Den wollen wir definitiv machen. Da wollen wir stören. Da wollen wir stören. Schön. Wir machen den Drachen hier. Ja. Ja, hab ich am Seite. From the window to the wall. Der Gigantus hier. Ja. Stark, stark, stark. Da wird geschnetzelt. Ah, hammermäßig. Die haben ja gar keine Chance gegen uns. Ja, die nächsten Drecks, die brauchen wir jetzt. Auf jeden Fall. So, Mitte rein hier. Dass er sich das traut hier, ist verrückt. Das ist so verrückt, dass er sich das traut. Boah. Habt ihr das gesehen? Du hast da den gedivet. Nein. Das war dumm von ihm. Hura, hast du einfach nur. Ah. 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 Ist aber leid, aber das ist... Ah. 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 Ich komme, ich komme. Mhm. Wir drehen das, wir drehen das. Mhm. Wir drehen das. Ich hab mich gefressen. Jetzt möchte ich aber hören, wie es weitergeht. Die Therapeutin hat einmal gesagt... Dass eine, eine Hassreaktion besser als keine Reaktion ist. Weil wenigstens fühlt man dann noch was. Hat sie auch gesagt, wem gegenüber? Ja, es ging eigentlich um Kindheitstrauma, aber... Also überträgt sich bestimmt auch auf Leak. Okay, gut. Dann ist das in Ordnung. Leak ist halt so Lebenstrauma. Ja. Ja, stimmt auch. Hilfesupport, Linda. Ich komme. Oh, geh da raus, du stirbst, oder? Wecky gehen? Lass mir von ihr gar nichts sagen. Okay. Ja, fick ihn. Oh. Wo ist Support, Linda? Oh Gott, ich wurde gefressen. Mhm, ich bin tot. Ja, da war Linda nicht da. Also tatsächlich hat wieder ein Master hier... Lol. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Richtig komplett. Ich wollte hier ein bisschen tiefer rein, aber wir sehen, wenn die kommen. Komm, jetzt machen wir das einfach. Ja. Oh oh. Aber ist nicht schlimm. Der ist doch... Oh oh oh. Sehr lustig. Ich bin tot. Oh 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 oh. Ich bin nicht tot. Das ist ja super hier. Ja, nehmen wir mit. Ja, war nicht schlecht. Wie lecker die alle ins Reingesprungen sind, ey. Was ist euer Lieblingsfußballsong? Shakira, Shakira. It's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming football. Junge, meine Schultern. Mein Rücken. Und ne Stabilisierung irgendwie. Aber nicht sterben, Therese. Wir lassen die jetzt mal alleine spielen. Nee, nee, ich bin hier. Ich tue nur so. Und dann mach ich so... Hier und... Ich hab mich auch ab nem gewissen Punkt entschieden, nicht mehr das Tissor zu sagen, sondern Therese auf einmal. Hast du nen Todeswunsch, Mather? Pass auf, Mather. Gefahren. Mather, don't die! Ich will nur ein Geld. Hilfe. Ich bin gefangen! Also im Optimalfall, pushen wir eine Lane und entweder Tim oder es ist so, push die andere. Aber alle aus der Mitte. Ich muss doch mal nach unten düsen. Okay, dann gehen wir nach Toppets. Sie düst nach unten. Dann alle top. Alle top. Ich kümmer mich um den Dino hier oben kurz. Ich bin nicht muted. Achso, super. Achso, super. Ich muss, ähm, Maluna zu meiner Ritterspurkönigin. Du bist ein toller Supporter. Ich hab einfach im Card Game. Komm gleich ein großer Drache rein, Achtung. Also ich glaub, die ultet jetzt. Ach, was? Warum nicht? Ist die dumm? Die Stadt zu dritt auf einen Punkt. Warum ultet sie nicht? Die traut sich nix. Hier, der Tower jetzt, der wird angegriffen. Hammermäßig. Sehr schön. Die kommen jetzt zu euch, glaube ich, zu dried. Jemand von den Sonjas? Nee. So Lust da drauf, ne? Eilen. Das ist der absolute Mastermind-Split-Push, den ich hier sehe, von unserer Seite aus. Wirklich absoluter Hammer. Wie wir uns hier voranarbeiten. Komm runter. Weil die wollen jetzt dich. Hier ist starke Arbeit da unten. Kann man nicht meckern. Oh, 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 oh. Boah, der Entwühl. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Nee, nicht nicht. Boah. Oh, da ist warm Brennloh. Ui, ui, ui. Brenn's nicht. Ich bin nach Hause. Boah. Ja. Oh, jetzt fängt er an, hier sich durchzuschlitzen. Das ist krass. Nice, Mazat. Ja. Ja. Double. Doppel-Fuck. Unterknechtung. Unterknechtung. Nein, er frisst mich. So, wenn das jetzt ein echtes Flex-Cue-Game ist, dann geht ihr jetzt. Nein, nein, nein. Finish nicht. Ich will nicht verlieren. Wir machen einfach noch eins. Wir machen einfach noch eins. So. Hier wird nichts jetzt, äh, hier so beämt. Exos werden zerstört. So. Aber Achtung, die kommen jetzt. Er will nicht auch. Oh Gott. Oh nein. Er ist eine kleine Banane. Er kriegt sich nicht. Und er meint, äh, der wird Chen ultert, obwohl sie keinen Chen haben. Warte mal, ist nicht Orwe? Oh. Ja. Ahhhh. Mehr ging nicht. Sag ich, wie es ist. Wir haben nicht mal getrollt. 21,6. Das ist fällig. Pass auf, jetzt schmelzen die. Ich hab so Bock, jetzt mal gegen den Choker zu stellen. Das ist bitte so. Boah. Ich hab gesehen, wie du in diesen Turnieren gespielt hast, Mal Luna. Das ist Fräulein. Hey. Oh. Oh boy. No negative self talk. Das war nicht gut. Richtig. Du hast sowas von weggeklatscht mit den Headshots. Nein. Nein. Ui. Ah, das hab ich. Boah, der braucht eigentlich länger als ich dachte. Das ist nicht gut. Hilfe, Leute. Ich brauche einen Supporter an meiner Seite. Ich brauche einen Supporter an meiner Seite. Ja, schön macht ihr das. Warum hat der so lange gebraucht? Junge Master Yi ist ja so weak. Mit den items brauchten Tanks so lange, um zu sterben. Guck mal, ihr items ist unniv. Wirklich frech. Wuhu. 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 Let's go. Die haben wir alle gemacht. Wollte das F-Wort sagen. Aber alle gemacht. Die haben sie abgelenkt und dann haben die Minions für sich gearbeitet. Ich dargebe mich mal Luna an GG. Was, warum? So, jetzt ne Runde Better End? eller? Los 63 LP! Weitere.